Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Seit ein paar Monaten weht ja auf Schalke ein anderer Wind. Man will aus wenig Geld sehr viel machen und setzt sich eben auch zum Ziel, rein finanziell in eine bessere Zukunft zu steuern. Dafür gibt es natürlich auch einen klaren Kurs, den vorne unsere Finanzchefin Christina Rühlhamers und unser Aufsichtsrat Boss Axel Hever steuern. Rühlhamers hat auch immer wieder klar gemacht, es wird keine Wetten auf die Zukunft geben. Mit unserem Mannschaftsetat von ca. 35 Millionen Euro liegen wir rein tabellarisch an einem Abstiegsplatz. Und dann ist natürlich klar, es wird mit so einem Budget sportlich schwer in der Liga zu bleiben. Und deswegen gibt es wohl auch an dieser Strategie wenig Geld für den Kader auszugeben, zumindest mal ein paar Zweifel. Denn nach Bildinformationen macht sich die Fußballfraktion bei uns, um unseren Sportdirektor Huven Schröder, unseren Trainer Frank Kramer und auch Mike Büskens durchaus Sorgen, ob denn wirklich der Kader gut genug ist, um in der Bundesliga zu bestehen. Nach unserem 1 zu 6 Ding gegen Union Berlin, wo es ja wirklich kein gutes Spiel war, war ja das Transferfenster noch offen und dort hat man wohl intern auch Alarm geschlagen, um noch ein bisschen mehr Risiko bei Verstärkungen einzugehen. Denn man hat damit klar gemacht, der Wiederabstieg wäre natürlich um ein Vielfaches teurer. Trotzdem lehnten Rühlhamers und der Aufsichtsrat ab, nochmal mehr Geld auszugeben. Auch natürlich mit Blick auf die 183 Millionen Euro Schulden und das 88 Millionen Euro negatives Eigenkapital. Denn das könnte Schalke wirklich nur managen mit einem konsequenten Kostenmanagement, wenn man eben dann erneut in die zweite Liga abstützen würde. Anders wäre das dann nicht wirtschaftlich zu schaffen. Deswegen ist man eben auch der Meinung, dass höhere Investitionen in Spieler den Klassenherden nicht garantieren würden. Denn am Ende wäre die Extens des Klubs beim Wiederabstieg noch dramatischer bedroht. Und ich denke mal, an sich ist das ja auch durchaus verständlich. Und wenn wir uns natürlich dann auch noch bis zur WM-Pause, da ist ja noch acht Ligaspiele zu gehen plus unsere Pokalpartie steigern, werden sicherlich Rühlhamers und Co. sagen, ja, dieser Weg ist der richtige. Wenn man aber bis dahin weiterhin kriseln sollte, mitten in dem Abstiegskampf ist, damit man vielleicht auch noch mal im Winter erkennt, okay, vielleicht müssen wir dann doch nochmal ein bisschen mehr Geld für Transfers in die Hand nehmen, um auch wirklich in dieser Liga bestehen zu können. Und dann eben auch entscheiden, wie viel Verstärkung nötig ist, um diesen Kader ja Bundesliga-reif zu machen. Ich finde, die Diskussion ist durchaus spannend. Meiner Meinung nach geht man aber durchaus schon den richtigen Weg, finanziell wirklich strikte Rahmenbedingungen zu haben, weil es auch andere Mannschaften zeigen. Wenn man eben dann ein exakt richtig gutes Auge für Transfers hat, dann kann das eben auch mit günstigen Deals funktionieren. Natürlich ist es ein schmaler Grad, aber ich bin überzeugt davon, dass alle natürlich auch das Beste für Schalke wollen, vor allem auch nachhaltig und langfristig das Beste wollen und das auch durchaus funktionieren wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.